Herzlich Willkommen! Mein Name ist Sven. Maslow Schnitzer und eine Leiter Marzai. Ich habe eine neue Rezepte entwickelt. Zucchini Schnitzer! Das ist eine Kronspring und eine wunderschöne Rezepte. Machen wir anfangen. Zuerst schneiden wir die Zucchini schlecht in Scheiben. Zuerst schneiden. Dann salzen. Und stappen. Das saß die Flüssigkeit aus der Zucchini. Jetzt machen wir leckere Banane. Alle Zutaten zusammen vermengen. Ganz einfach. Kalanamak. Nori-Algen-Purve. El-Hefe-Blocken. Helling-Mehl. Wasser. Damari. Und Yakon-Sirup. Gut verrühren. Diese Konsistenz ist perfekt. An dieser Stelle noch kurz abschmecken. Mmmh, lecker! Wenn du nicht genug wüschst, kannst du noch mit Salzpepper abschmecken. Aber von mir. Perfekt! Weiter mache ich eine leckerer Dip. Für die Dip. Soi-Joghurt. Mit Minze. Senf. Salzpepper. Vermengen. Und Kosteln. Weiter mache ich Zucchini-Schnitzer. Die Zucchini habe ich in der Zwischenzeit schon viel Wasser entlassen. Jetzt muss ich sie trocknen, sonst sind sie nachher matchig. Eine Panierstrasse habe ich in der Zwischenzeit vorbereitet. Hältes linke Mehl. Die Panare. Und linke Paniermehl. Jetzt nur noch Goldbrau und Knustsprit ausbacken. Wow, sieht das lecker aus! Zu der Schnitzer passt sehr gut einen knackigen Salat. Die Hälfte vom Dip für den Salat und die andere Hälfte für die Schnitzer. Humm! Würtchen! Coolsprit. Umami. Guess mal!